Ach, der ist noch closed. Hallo? Alter, was ist denn jetzt los? Da komme ich noch nicht hin. Da ist ein Kind, das ich noch nicht kenne. Hallo? Hallo, Miss Chi. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Valentina. Hallo, Valentina. Wir haben da drüben noch jemanden. Ist das... Bist du das Chi? Aber ich hatte dich in einem Aufzug fast nicht erkannt. Du wirst dir also einziehen. Das würde dein Outfit erklären. Das ist doch auch neu. Jetzt habe ich wahrscheinlich von voll vielen Sachen... Oh, die sind neu. Und dabei sind sie gar nicht neu. Du verstehst nicht, was dort steht. Ich war hier einfach. Super selten. Muss ich ehrlich zugeben. Wir haben ein Leithaus unten. Ne, da war ein Strand. Am Strand war jemand. Ich komme hier nicht runter. Sollte ich vielleicht auch den richtigen Weg nehmen? Ach, da ist er ja. Hm, brauchst du Radstecke für deine Farm? Ich habe selbst noch nie auf einer gearbeitet. Ich fühle mich auf dem Meer wohler. Naja, abgesehen von meinem Pflanzen hier. Meine Liebsten. Aber das ist ein Pflanzen-Daddy. Das ist auch der Vater von unserem zukünftigen Ehemann. Er weiß es noch nicht, aber er wird es noch herausfinden. Man kann minimal für die Aufmerksamkeit sorgen. Dieser Wurfsticker. Ja, weil ich sie ja höre. Ich glaube, mit allen möglichen Geräuschen kann man meine Aufmerksamkeit bekommen. So, da haben wir noch ein paar Leute. Hallo. Oh, hi. Schön, dich wiederzusehen. Hallo. Warum denn wieder eigentlich? Ich dachte, ich lerne die alle zum ersten Mal hin. Hier ist überall niemand. Oben wird, glaube ich, auch keiner mehr sein. Doch, sie. Aber sie kennen wir schon. Bisschen Angestellte. Okay. Ich finde es auch voll süß gemacht, dass die Angestellten hier rumlaufen. So. Wir haben jetzt 21 Uhr. Finden wir noch Leute? Ja, im Call of Duty habe ich jetzt alle. Mein Tag war ganz okay. Ich habe halt viel gearbeitet. Aber ansonsten... Ach, damit. Nicht so viel gemacht. Die sind halt alle jetzt geschlossen, ne? Aber ein Fisch in Chips ist noch jemand, den ich nicht kenne. Das wird wahrscheinlich, äh, Waku sein. Der ist da öfter. So. Wen kenne ich noch nicht? Doch, dich kenne ich. Sitzt da noch jemand? Nein. Der Tag war sehr entspannt. Das ist schön. Was hast du denn entspannendes gemacht? Ihn kenne ich auch. Zu dem Rest werde ich nicht rein können. Ja. Ne. Dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, wer hier ist, den ich noch nicht kennen sollte. Müssen wir morgen weitermachen. Weil es ist auch schon spät und alle sind irgendwie pennen. Wobei wir das eh so schleppen nach und nach machen. Oh, dann hätte ich vielleicht... Ach nee, ich habe doch kein Netz. Entschuldigung, ich hatte... Ich habe noch kein Netz. Ich weiß auch gar nicht... Muss ich selber zum Ding? Oh Gott, ich weiß nichts mehr von diesem Spiel. Ist alles so lange her. Ja. Ja. Hochgestuft. Jawohl. Das ist auch nicht schlecht, dass wir das jetzt herstellen können. Weil das ist so ein universal... Geschenk, das man machen kann. Die Basistasche. Achso, das kennen wir ja schon. Kennen wir ja schon. Wir gießen ein bisschen. Wir können eigentlich noch mal... ...den Rest auch anpflanzen, wenn wir es schon da haben. Ich kann mich auch mal schlau machen über Pflanzen, ach Quatsch, über Farmlayouts. Die... Weil ich glaube, mein letztes Farmlayout war nur so Simi. Gut. Ich würde gerne mit Kisten herstellen. Warten, bis ich Steinkisten herstellen kann. Aber ich glaube, dafür muss ich mehr Steine kaputt machen. Das sollte ich vielleicht mal tun, ne? Womit ich Bergbau aufsteige. Weil... Ja, das kann ich neu herstellen, weil diese sind richtig kacke. Das fehlen gar nicht mehr so viele. Ähm... Bergbau. Ein bisschen was fehlt mir noch. Ah, wir hämmern heute einfach die ganzen Steine hier kaputt. Hoppala. 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 Wird ihr jetzt eigentlich noch... Ja. Wollte testen, ob mir noch was abgezogen wird, wenn ich mit Sachen daneben haue. Und ja, wird eine. So, eine Geode. Aber unser Museum hat noch nicht offen. Auf Arbeit einig ist es an... Mein Tag war sehr... Auf Arbeit einig ist es an einen kleinen und leichten Teilen gefährdet. Und danach kommen wir geschickt bis eben. Das klingt wirklich sehr entspannt. Ich weiß nicht, dass es zum Ende des Jahres zugeht auf der Arbeit. Habt ihr da immer weniger zu tun. Sehr gut für dich. Bei mir wird es gegen Ende des Jahres immer mehr. Dann habe ich mal die Tagestafit angetestet. Muss ich sagen, es ist echt ein nice gemacht. Die funktioniert gut auf meinem PC bisher. Ich glaube, Starfield zieht relativ viel Ressourcen. Ich bin so klein, dass ich mir ja schon für Lager angefertigt. Ist ja mega cool. Wenn es bei euch im Jahresende weniger wird. Beneide ich dich ein bisschen. Für einen Kunden zum Beispiel produziere ich schon seit sechs Wochen vor. Damit wir noch durchs Jahr kommen. Ohne dass irgendwas groß ausfällt. Das kannst du natürlich nicht machen. Du musst ja abliefern. Kannst du nicht einfach sagen. Nö. Nein, ich wollte Steine klopfen. Alter. Ich lasse mich immer ablenken von anderen Sachen, die rumstehen. Das tut also, ich kann das nicht spielen und gleichzeitig streamen schauen. Ah. Ist natürlich selten ein bisschen. Ist aber kein Spiel für mich. Wenn ich es nicht gerade aufnehme. Kriege ich eigentlich relativ. Oh, ich habe schon 21 von 30. Gucke mal. Da. Ähm. Da. Ah ne. Mit Steinen abklopfen level ich das gar nicht. Ist ja gemein. Außer das updatet immer erst am Tagesende. Das kann natürlich auch sein. Ja, wir gehen mal rüber zum See. So nach ganz rechts. Dann schauen wir mal, was da schon so geht. Oh, hallo Hund. Taco ist beschäftigt. Entschuldige, Mr. Busy Hund. Ich wollte dich nicht stören. Oh, noch ein Hund. Hallo. Bonbon. Ich würde wirklich am liebsten hierbleiben und Bonbon den ganzen Tag streicheln. Sag mal, da eine Karotte. Ja, das ist schwierig. Wie lange brauchen denn Karotten? Ach so. Linksdosen. Und allen mal was mitnehmen. Nicht unbedingt zum Verkaufen, aber einfach damit was schon mal haben. Wie lange brauchen jetzt die Karotten? Sieben Tagen. Wie lange... Die Fristen schaffe ich nicht. So leid es mir tut. Ich bin gerade... Muss nach oben. Ach, meine Katze. Butter. Hallo, Vicky. Einen wunderschönen guten Tag dir. Wie geht's dir, Vicky? Können wir das Game noch einen anderen Unternehmensswitch brauchen? Oh, hallo. Wieder mal ein Sammeln-Ski-Tag beginnen. Vielleicht ist das optimiert genug. Dein PC nur zu schlecht. Können ja auch sein. So. Haben wir hier schon irgendwas? Du verstehst nicht, was dort steht. Oh Gott. Wie haben wir den denn nochmal aktiviert bekommen? Ich habe eine Nachricht bekommen. Du verstehst nicht, was dort steht. Okay. Okay. Das hat sich nicht geändert. Das war vorher auch schon da. Aber den kann man wahrscheinlich jetzt irgendwie wegbekommen. Oh. Achso. Oh. Ich habe noch kein Netz. Warte ich da eigentlich rein? Ja. Ich habe es dann auf WhatsApp zurückgeschrieben. Habe ich mir fast gedacht. Oh, wie schön, dass auch alles eingerichtet ist. Ey, Wahnsinn. Ich glaube, wir müssen da mal was in Sims nachbauen. Ach, guck mal. Ist auch noch zu. Was haben wir da hinten noch? Ist da auch noch zu? Wir haben das Observatorium. Ist das normal, dass der Ton hin und wieder verschwindet? Bei mir im Stream jetzt? Nee. Hat noch jemand Tonprobleme? Jetzt oder früh, wenn er eigentlich da ist, kann ich wieder mit dem Simon von Shytage beginnen. Nee, beim Game. Starfield. Weiß ich nicht. Ich kenne das Spiel nicht. Was soll ich denn jetzt wissen, was normal ist bei dem Spiel? Ich bin im Rage-Modus, weil mein verpeilter Chef einfach ein verpeilter Kack-Chaos-Typ ist, sodass ich morgen bis 18 Uhr in der Uni habe und nicht um 17 Uhr in der Arbeit sein kann, um zu kochen, weil er ist nicht da, weil er einen Kack-Tischfußball-Turnier in Rom hat. Das ist ja richtig ätzend. Das ist ja richtig ätzend. Das ist ja richtig ätzend. So unnötig... Wer bist du? Kenny. Du bist Chi? Ja. gehörten ist so umgekommen dass weiß der stadt raus und frische luft schnappen willst du das jetzt an sich nicht aber ich arbeite hier halt jetzt wahrscheinlich auch keiner seite das kreuz von klirrenden schwerten aus dem in der frage sich beim kopf kampf stattfindet den habe ich auch erst vor kurzem entdeckt dass es den da gibt da können wir noch nicht rein das ist letzte woche nachdem ich für ihn arbeite aber dann werden wir schon die einvernehmliche auflösen ist auch besser so wenn der wieder durchgehend so verpeilt ist und durchgehen so einen scheiß bringt richtig ätzend okay wir sehen uns heute nicht sonderlich weit gekommen ich hätte ich jetzt auch nicht angefangen simon zu nennen ist in der ranch doch jemand nee wo haben wir denn noch leute da oben läuft auch ein fremder bleiben sie stehen stopp bist du neu in der stadt ja bist du erst nach der katastrophe hergezogen ich bin zara man sieht sich schön mit öl so habe ich denn in der stadt statt sind noch leute die ich doch nicht kenne die uni geht vor du sie aber ich habe immer zu nun ja die gruppe richtiger bist in den hauen ja ich komme ich habe ihn auch wirklich die neue person papa sagte westbauer ist das richtig was für landwirtschaft die geräte hast du ich glaube dir aber warum siehst du nicht wie ein bauer aus weil ich cooler bin aber haben wir denn hier noch leute da läuft gerade noch eine hallo hallo wollte sie an sie an wenn dir was nicht sein neuestem das grundstück gehört das grundstück oder sollte ich die farm sagen da ist auch noch einer oder neue nachbar es ist wirklich immer in die stadt gezogen was ich wollte es nicht glauben bis ich dich mit eigenen augen gesehen habe ist immer schön wie sie eigentlich glauben ach uch crafting ja kriegen wir hin bin da einen blumenstrauß ich glaube ich habe gar nicht so viele blumen ich habe so viele blumen schenke es jemanden ja das ist okay wir haben jetzt natürlich waku ist natürlich jetzt nicht dane der ist doch da oben wir schauen mal dass wir gleich waku finden damit ich in den blumenstrauß geben kann sind wir richtig unterwegs erst so ja da steht einfach nur draußen wenn ich bin studentin und übrigens die ganzen laden für ihn und dafür wirst du wahrscheinlich eindeutig zu wenig bezahlt ne da ist schon schon gut dass du gehst das kann es ja nicht sein schau mal ich hab was für dich danke dass du mich gedacht hast bitte ja ich krieg dafür gar nichts danke spiel du bist so unterstützend in dem morgen und die frechheit war letztens dass ich vier tage gearbeitet habe und dafür habe ich sieben euro trinke bekommen ich bin der rage modus aber dank fürs zu uns sondern jetzt echt wir vier tage arbeiten sieben euro hast du also musst du das quasi in den topf geben und es wird dann ausgezahlt oder es waren die kunden einfach so arschis und haben keinen 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 trinkgeld gegeben weil dann einmal shame on euch kunden wie es wagen könnt der bezaubernden wiki kein trinkgeld zu geben dass sie das überhaupt hinbekommen habt unverständlich so verkaufe ich die scheiße jetzt oder nicht ich will nichts verkaufen weil ich nicht weiß was ich fürs für die göttin da brauche wir haben auch noch 39 leben wollte ich gerade sagen 39 energie wir haben auch noch nicht so viel